Du Miststück Ja und jetzt die ganze Nacht irgendwie Ich bin die ganze Nacht jetzt am bauen Hier alles schön beleuchtet Ich habe jetzt noch keine Lust da hier rein zu rennen nach Hause Außerdem wenn du am Schwimmbaddach bist, dann stört dich ja keiner Ja, ich bin aber nicht beim Schwimmbaddach Was baust du? Gar nichts, ich bin bei den Schweinen und bei den Creepern Genau Weiche Weg, weg, weg Aua Na, ich werde jetzt mal wieder hier zu dir da Zu der Insel da gehen Und dann bin ich erstmal wieder weg Wir haben es um 10 Okay Stimmt Du hast eigentlich Pferd hier in den Nägel? Ne, immer noch nicht Wo musst du auf? Ja, jetzt eigentlich irgendwann Okay, dann werden wir alle Ries Ja, müssen Was heißt müssen? Müssen heißt, dass du nach... Ich weiß was müssen Hey Na, ich komm auch noch Ja, ich komm auch noch Ich komme auch noch Aber schön Ja, danke schön Na, ich komm auch noch war das Problem Ja, ich komm auch noch Ist dein Hund Diamanten? Ich glaub nicht, aber ich muss ihm immer geben. Er kommt und folgt der Hund schon hier am Knurren. Komm her, mein Freund. Warum geht der nicht ins Wasser? Wir machen Party. Oh, der geht auf mich los. Hilfe! Nein, nein, nein. Ich weiß noch ganz genau, was du gemacht hast. Danke. Ist nicht doof. Da ist Glas, scheiße. Und sie steht da und schaut. Wo ist der denn, der Hund? Weiß es nicht, ich hab Angst. Ah, da ist er. Hallo. Alter, der guckt dich voll böse an, pass mal auf. Pitbull. Du wolltest unbedingt mich schlagen. Wie der Hund hinterher springt. Wie geil ist das denn bitte? Oh, genial. Pass mal auf, der kommt gleich hoch hier. Komm Wuffi, komm. Komm, ich mach dir mal hier was hin. Ja, genau. Bau ich noch einen Weg. Oh. Komm, hoch mit dir. Los. Fass. Uah. Geil. Geil. Oh, danke Pitbull. Der knurrt immer noch. Ja, ich weiß, dass ein Schwanz aufhört. Hat jemand zufällig so Zäune dabei? Was für Zäune? Nee. Zäune? Nee. Zäune? Ich wollte hier ein Geländer machen. Kann sein. Ich kann noch welche bauen. Hallo. Mich mag er. Pass auf. Auf. Lässt deinen Hund wieder los? Nein. Guck mal vor dir. Uah. Oh, voll. Ohne Scheiß, ja. Dreh dich mal um den Hund, ey. Der geht übelst ab auf dich, ey. Das geht gar nicht. Sau lustig. Guck mal, bei mir macht ja gar nichts. Ja, wenn du da vorbeigehst. Ja, weil du hast ihn ja nicht gehauen, oder? Du hast mich nicht gehauen, oder? Deswegen ist er nicht sauer auf dich. Hier. Der ist ja sauer auf den Fusion. Hab mit dir in den Ofen. Ich bin die böse Hexe. Au, oh, nein, 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 nein. Soll ich mal alle los schicken? Nein, bloß nicht, ey. Ich sag's dir, nicht töten, gell? Ja. Als wenn ich dich jetzt haue, ja? Dann ist er auf dich. So, mal gucken, ob er was macht. Ich glaub, der muss in der Nähe sein. Hau mich jetzt. Ah! Der hasse dich jetzt. Hilfe! Hilfe! Alter, wie krass ist das denn, bitte? Das sind ja richtige Kampfhunde. Die beschützen mich halt. Krass. Waaah! Alter, der kam mir ja ins Gesicht gesprungen. Ja, komm her, komm, komm. Trau dich doch, trau dich doch. Komm, Hund, du musst jetzt da weg. Pass auf, der geht gleich auf dich los. Warte, ich rette dich. Hier, wollte ich kurz sagen, schlag ihn noch mal. Au! Der haut zurück. Hund, hallo! Dein Herrsch wird geschlagen. Nö, ich, ich halte ihn einfach mal auf. Hilfe! Jetzt hab ich mich... Jetzt hat er ja einen Zaun hingebaut, der Böse. Mag irgendwie nicht. So, ist eingesperrt. Und ich bin auch schon mal. Waaah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Krass, ey. Komm, ich geb dir mal ein Steak. Oh, wie der mich anknurrt, das ist ja übelst heftig geil. Hab dem Steak gegeben. Hört er jetzt aufzuknurren? Ne. Ui! Mag ich immer noch nicht. Mich mag er. Er macht grad Herzchen. Zu mir. Hast du ihm Essen gegeben? Ich schlurte er an. Irgendwie hat er grad was. Hat jemand von euch noch was? Ja, das klingt glaub ich nichts. Ich glaub, das hört auf nach ner Zeit. Ne, mich mag er jetzt. Ich hab ihm grad was zum Essen gegeben. Ich mag ihn nach dem... Ein! Boah! Ist ja logisch. Das werd ich jetzt mal... Warte, ich hab ne Theorie. Mag er dich? Nee. Okay. Ach, Leute. Jetzt zünden wir's an und tanzen außenrum. Jetzt sind wir echte Indianer. Genau. Dürft ihr halten. Du, ohne Scheiße, das hat hier Fösel bei mir gemacht, ja. Der hat, ähm, meinen Hund, äh, auch in so einen Erdhaufen reingesteckt und ich hab das nicht gecheckt. Ich hab den nicht die ganze Zeit bellen gehört, aber aber nicht gecheckt, dass der ohne so ein Erdhaufen ist. Ihr, ihr spielt das doch auf der Xbox, oder? Jaja, genau. Gibt's da schon Hunde? Ja. Lol, hab ich noch nie gefunden. Doch, doch, wir haben also jeder hat, also mindestens von uns hat jeder schon drei, vier Hunde gehabt. Aber die sind dann meistens immer schon gestorben. Oh, pass auf. Äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der Hund ist böse. Ne, der hasst dich voller Kanne. Das bohrt mir hier nicht alles zu. Hilfe! Ich bin fast tot. Hör auf. Ich halt ihn auf. Böser Hund. Ich spring ins Wasser. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich spring ins Wasser. Hahaha, scheiße. Aaaaah, scheiße. Gemein gefährliches Vieh. Hör auf. Hör auf. Mein Leben regeneriert sich nicht. Ey Leute, ihr wollt ihr mich verarschen? Jetzt hör auf hier was drauf zu bauen. Hilfe! Aua, aua. Scheiße, ich bin tot. Jetzt hat er sich wie gespawnt und haut einen Fusion. Jetzt hat er einen Fusion getötet. Geiles Gastel, bitte. Ja, weil ich dich danach gehauen hab, deswegen dachte er sich so erstmal den Flaschengeist töten und dann Fusion. Meine Diamanten. Ja, frag mich mal, meine Diamanten hängen da auch noch irgendwo im Wasser. Ich hab Eier in der Hand. Ja, komm, hol das, sonst sammle ich das ein. Ja, sammle das mal ein, weil dann geh ich nämlich jetzt offline landen. Aber mein Inventar ist voll und meine Kiste auch, deswegen müsste einer von euch kommen. Ganz schnell einsammeln, bevor alles weg ist. Sammel auf. Mach dein Inventar in die Kiste und sammel's auf. Die Kiste ist voll, du Ei. Einer von euch muss das einsammeln. Ja, ich komm schon. Ganz schnell. Ja. Oder es geht kaputt. Kaputschka. Dann geht's das nächste Mal für mich hier weiter. Sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus, oder? Aber der Hund geht doch dann wieder auf mich los. Ich weiß nicht, irgendwann hört er auf. Ja toll. Wenn du in Inventar auch diese Schweinemänner da tötest. Irgendwann mögen die dich ja auch wieder. Toll. Wo bist du gestorben? Beim Baum? Ja. Beim Baum? Hier. Okay. Okay. So, Judy, okay, dann bin ich jetzt erst mal offline. Jo. Boah, echt lustig gewesen? Ja, dann machen wir alle Feierabend. Ich mach dir die Tür zu, zack. Nein, ich muss die Sachen noch holen. Ja, gut. Mein Gott, ist das weit weg. Ich geb dir die Sachen dann einfach nächstes Mal. Das vergisst du. Das ist ihr Pech. Du kannst es mir auch in die Kiste legen bei mir. In meinem Häusle. Ja, das vergesse ich schon nicht. Ich bin ja nicht blöd. Wir wollen ja nur drei Diamanten, gell? Ja, das ist doch nix. Crazy hat 30 bei sich, der Drecksack. Ja, der macht auch X-Ray. Ja. So. Gut. Hättest du nochmal den Hund auf dich? Nein, 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 nein. Dann beenden wir dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.